Ja lass doch eine Runde Teams, eine Runde Solo Ja, war ich ja auch für, aber Alex meint ja wieder sein Exos zu machen So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Teams von Worms Revolution Bin richtig gehypt und Alex hat sich dazu entschieden alleine zu spielen Kein Problem, wir fangen an Ist ja nicht so, dass Max auch noch alleine ist Ja So, jetzt alle auch bereit, wir machen das nur über bereit jetzt Ja, ok Lukas Was denn? Ja, bestimmt, damit Max jetzt auch noch auf grün macht Max ist wahrscheinlich gerade auf K oder so Obwohl, die DAS hatten auch noch nicht, das ist ne gute Kombi Ja Ich wollte gerade noch blau machen, ich hatte den Ja, ich hab Sinning Ja, ich hab Sinning Oh nein, jetzt muss ich ja mit dem Inkompetent zusammenspielen Ach, warum Sinning, lass mich doch nicht alleine Ja, mit dir heißt das Ich muss mit dem Versager mit dem Nullskiller spielen, wenn der Nullskiller auf die Kette kriegt, außer Lack zu haben Mit dem, wo es ich zusammenspielen Oh geil Ich bin einfach mal in der Sekunde anstehen, ich habe keinen presque Jaa, dieser Ich hasse dich, Max. Lukas, du bist ja gerade dran, ne? Jaja, ich überleg grad echt noch. Soll ich einfach mal ein Geschütz hier aufstellen? Ja, kannst du gleich machen. Ich benutze erst mal den Spawnvorteil. Fuck, das Fass ist ein bisschen... Oh mein Gott! Ich hätte vielleicht einfach da bleiben sollen oder auf die linke Seite gehen sollen. Ich soll mal ein, Max. Jagd das Ding hoch! Und dann hab ich den Spawnvorteil. Ja Gott, das ist ja wohl mehr als klar. Ne, Max wie in einer Folge direkt am, ich glaube der zweiten oder so, wo er mich abschießen wollte und einer quer über die ganze Map des Schrotflintes auf dem Kopf geballert hat. Komm, jag dich noch so, ey, du krieg noch der Magen nach. Wow. Ich bin oben, ich bin oben. Boah, Alter. Geil. Ja, jetzt kannst du mal ein paar Bazooka-Schüsse da runterfeuern. Mach direkt neben die Flasche, aber so dass du nicht den 124... Also... Ja, die Flasche rechts! Alter! Na, wie ist denn das? Bei Himmler? Was bringt denn das? Ja, das sind drei Leute... Alter! Boah, ey, mach, mach, was du denkst. Ja, drüben sind auch... Da ist doch... Deiner dazwischen, glaube ich. Ne, das ist meiner dazwischen. Das ist... Karma ist auch dazwischen. Ja, das ist meiner. Ja, es sind zwei Leute... Werf ne Granat runter! Nehm die Flasche! Ne, ne, bringt gar nichts! Doch! Dann schieß runter auf Star Butterfly. Mach's einfach. Weil Karma hat noch ein bisschen mehr. Grafst du. Ich glaub an dich, auch wenn du inkompetent bist. Nein, du nicht! Oh mein GAME! Du bist so... Boah! Ich... Nächstes... Nächstes Jahr Gamescom, Alter! Du wirst so sterben! Oh, Team Beschuss jetzt auch noch von dem. Nee, also... Nee, ich bin raus! Scheiß drauf! Komm, bock mal! Nee, ich bin raus! Ist okay! Ey, Bastard! Ja, mach bitte Alex für dich! Bitte! Tu's einfach! Hau den mit'n Basie da runter! Was weiß ich! Boah, nice! So geil! Hab ich das noch nie gesehen, so Dinge! Hast du schon gesehen, wie das passiert? Dieser epische Schrei einfach, ey! So, jetzt zeig ich dir mal, wie das geht! Ich dachte, du bleibst da oben! Nee! Nicht wirklich! Komm, da wär' jetzt ein Thinamid angetrachter, oder? Thinamid hab' ich nicht mehr! Oh Gott, ey! Bumm! Bumm! Alex ist ja sowieso weg! Äh... Loll! Trinkt vorher noch einen! Auf gut, äh... Auf gut tot! Nice! Easy! Komm schon Himmler auch noch! Was? Nur 21 Schaden? Ernsthaft jetzt? Ich hab' aber nicht schön ausgekriegt, der bald nur unten ist! Jo! Voll ausgekriegt! Und ich find' das voll gut! Alex hat sogar meist'n Leben! Wow! Echt jetzt? Ja, das hört' echt so! Also, in der Gesamtstatistik! Also hättest mich einfach meine Bazooka auf die drei Würmer links schießen lassen, dann wär' jetzt noch alles in Ordnung! Mach' ich! Ja! Und was mach' ich dann? Soll' ich dann einen von deinen 50.000 anderen? Also nur ganz gerne! Halt einfach die Goshen! Oder wie das heißt! Ja, Goshen! Ja, das war bisschen Scheiß jetzt! Ich weck mich sofort! Gar nichts! Einfach gar nichts machen! Wow! Voll die Challenge und so! Kannst ja immer noch ne Granate rüberwerfen! Du musst den LOL halt jetzt mal da weg... bekommen! Also den einen Bogen, der da irgendwie dazwischen steht! Und dann müssen wir... Alter! Da haben wir irgendwie... Nabheim drauf oder so! Okay! Pfff! Ja, super! Ja, Nabheim kannst du jetzt nicht bringen! Ja, wenn's den Nabheim gäbe, ey! Ich könnte Nabheim drüberschießen! Nein, nein, nein! Mach einfach ne Granate! Du bin... Au! Ich könnte... Nee! Ich bin... Alter! Das ist ja so ein inkompetenter Team-Mitspieler, ey! Ohne Zeit! Man kann dich doch drehen! Nee, kann man nicht! Biss'n Noob! Warum könnte Max das holen? Werf doch einfach ne Granate rüber! Scheiß auf mein Wurm! Alter! Ich spiel nie wieder mit dem, ey! Sinnig, ich hasse dich! Ich will auch nicht mehr mit dir spielen! Warum? Warum hast du mich mit dem alleine gelassen? Weil ich hasse, dass das Alex ist! Ich merk's! Oh man, ey! Boah! Alter! Falter! Explosion! Ich würd' mal sagen, das war die Kettenreaktion schlechthin! Ja, Alex, hast du jetzt richtig verkackt! Ja, Headshot kriegt auch nochmal einen drauf! Also du bist nicht nur am Beschwerden! Nenn selber nichts auf die Kette klingt! Aber nur am Beschwerden! Jetzt nennt man Flame vom Feinsten! So, ähm! Was machen wir jetzt? Refugiere dich! Das war so eskaliert! Hätte ich aber auch nicht gedacht! So, es eskaliert oder was? So, ähm! Lukas, hier für'n Spaß würde ich den Marco Dias da oben runterhauen! Das wär irgendwie lustig! Nee! Aber für die Effektivität einfach in die Masse was! Ja! Mach die Masse dann fertig! Ja! Ich hab leider nur sowas! Ich mach mal hier in der... Triffst es dich vielleicht nicht so ganz viel! Oh, toll! Ja, aber... Sowas wie Teambeschuss kennst du ja mittlerweile! Von daher sollte das kein Problem sein für dich! Du Arsch! Hab ich nicht! Wuuu! Man kann ja am Ende gucken, wer am meisten Teambeschuss hat! Glaub ich! Doch! Wollen wir wissen! Ich hab 38 abgefunden, glaub ich, Anna! Aber jetzt mal ganz ehrlich! Warum konnte Luca, äh, Max, vorhin sein Wurm einfach mit einer... Mit einer Linksextdrehen? Warte ich... Warte ich eben ganz leicht nach rechts bewegt! Ja, aber warte... Haaa! 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 Max, was denkst du denn Fall der ganzen Sache? Weißt, ich hab den nur einmal ganz kurz angekippt und schon bewegt er mich! Mal gucken, wen er mehr hat! Noll oder Saltimate! Wer ist eigentlich dran? Ich bin jetzt aber nicht dran, ne? Okay, gut, ich dachte schon! Max, Max ist dran! Okay! Ja! Der hat halt mehr, äh, Dingens... Leben! Wuhuu! Ja, schieb die alle nach da unten! Ja, jetzt musst du auf jeden Fall aufs Ultimate switchen! Hast du noch irgendwas Fettes? Wenn ich jetzt komme! Ja, komm du erstmal, genau! Ja! Über die ganzen Leute da! Hi Bubbles! Sehr nice! So, jetzt will ich was sehen, ey! Mach ein Schaf rein! Mach ein Schaf rein! Mach ein Schaf rein! Schaf rein! Doch! Nein! Geh nach links! Geh nach links in den Trichter und dann schick ein Schaf dahin! Achso, du bist oben! Ach nö, dann switch, switch auf den Unten und nimm scharf. Schnell, genau, dann gehst du nach links und dann nimm es scharf. Ja, ja, hast du auch so vor, ey, richtig nice. Das ist super scharf, dann halt super scharf. Wird dich verarschen? Wir haben das noch nicht. Warum nicht? Weil wir es noch nicht haben. Okay, gut, dann sicht es ein. Ja, der hat ja noch ein bisschen Leben da unten. Toll. Weil du das falsch gelegt hast. Hättest nach ganz links tun sollen. So, aber, ja, down bekommt ihr den nicht, oder? Scheiße. Hättest wenigstens das noch einsammeln müssen. Oder hast du das gerade gespawnt erst? Liegst du dir rüber, ne? Nice. Kannst du gleich was richtig Schönes da reinhauen? Banana Bomb oder so. Ja. Dann nögen sie den ganz ja nicht. Ja, wenn jetzt Kameradon. Ah, lol ist dran. Wieso denn lol? Was hab ich denn jetzt überhaupt? Nichts. Wobei. Und dann, und dann, und dann, und dann. Ja, ich weiß nicht. Adolf und Rommel würde ich halt gerne beide treffen. Aber das geht ja nicht, ne? Oder den Marco Dias. Aber das ist auch kacke. Ah, doch. Wenn du bei Adolf einschlägst, dann machst du Rommel auch noch Schaden. Ah, ich weiß nicht. Ich hab gehört, du musst bei Karma reinknallen. Nimm lieber Marco Dias, oder? Ja, Marco Dias ist viel safer. Was ist jetzt los? Da kannst du auch, ich mach auch Marco Dias und es ist einfach super. Oder wenn ich nicht. Jawoll. Es haben Wasser für alle. Oh, scheiß auch für mich. Ja. Egal, der ist glaub ich als nächstes dran. Doch, ich hab 18 bekommen. Okay, gut. Ich wollt schon sagen. Wurde bei mir nicht angezeigt. Nicht richtig. So, Kameradon ausgebucht. Oder oben noch die Kästen. Oh, was? Sonne. Was war denn drin, ne? Ein Esel. Warum soll ich das sagen? Münzen warnt oder... Ja, weil du doch Teamspieler bist. Oder? Du musst das in den Dingen sagen, damit du eine Ahnung hast, was du... Ja, vielleicht. Ach ja. Ich kann dir sagen, dass du noch bleibt und schicken. Oh. Noob-Variante hoch 10. Ganz leicht nach. Da kannst du auch eh... Alter, du bist ja... Du kannst da easy mit einer Bazooka hinschießen, schieß aber mit einer Lenkrakete hin. Ja. Das schießt du dich noch einmal wegen meines... Okay, ich hab wirklich scheiße geschossen. Da war es überhaupt trotzdem. Das war jetzt auch nicht besser. Vielleicht nicht. So, wenn du jetzt Bananabomb hast, dann... Runter damit. Auf zwei Runden. Äh, jetzt hat irgendwas anderes. Holy Hand Grenade. Hab ich auch noch nicht. Auch erst mal. Ah, scharf. Holy Hand Grenade. Äh, normales halt nicht. Ich hätte eine Superschaffe. Superschaffe, ja. Mal Superschaffe rein. Und wohin? Ich hab das noch nie geschossen. Auf Rommel oder auf... Einfach runterfahren lassen. Eigentlich keine Ahnung. Alter, mach einfach mal. Ja. Aktionstaste, Aktionstaste und dann fliegt es hoch und mit Pfeiltasten links-rechts kannst du steuern. Äh, okay. Schaust du. Einmal. Und jetzt rechts. Jawohl. Ja, geht doch. Easy. Nur dass du mich halt wieder ertränken musst. Ja. Ja, du halt. Die Idee mit dem Uferschaf auf Rommel war deine. Äh, ja. Ja, ja. Äh, ich hab das übrigens nicht auf Pfeiltasten, sondern auf BRSB. Deswegen wäre Superschaffe nach oben geflogen. Ah, Publi. Okay. Ich dachte jetzt, ähm... Ich dachte jetzt eigentlich, dass du auf Adolf gehst, aber hey. Du, der ist... Der ist... Der ist... Der ist... Naja, der ist jetzt sowieso down, beziehungsweise Alex ist sowieso down. Einfach noch ein bisschen penetrieren. Wie? Ein bisschen penetrieren? Reicht. Boah, das geht echt durch Wasser, durch das so behindert. Ja. Da wünscht man sich andere Realismen. Ja, das schau ich nicht mehr. Glaube ich nicht. Danke für den Zogen. Ha? Gar nichts, das ist komplett hoch. Einer spricht keiner nach. Max hat nichts gemacht. Ja, ja. Stimmt halt schon so. Ja, wie du selbst in seinem Streit ist halt wirklich so. Ja, Maschinenlobe. Okay. Was mach ich jetzt? Ähm... Sollte das jetzt ein Witz oder ein Witz werden? Oder eine Tatsache? Ja, selbst in Lüfter. Easy. Oder was hab ich denn noch? Keine Ahnung. Ah, da gibt's ja nur Scheiß. Ja, aktuell haben wir halt noch nicht, was... Ja. Nichts, was irgendwie Bumm macht. Brauch' irgendeinfach Bumm. Tschüss! Das ist nicht wahr. Fucking 14. Naja. Sinning wird das schon regeln, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Vor allem der ist halt direkt dran, ne? Naja. Kann man wohl nix machen. So, so, so. So, so, so. Das ist jetzt zu geschmackt. Er steht dann wieder fünf Jahre vor dem Wurm und erst mal passiert nichts. Er denkt nach. Ja, mit was denn? Also nicht mit Recht oder so, sondern mit welchem Organ denkt der sehr gut schon nach? Ja, was weiß ich, mit dem Penis. Ja, das... Nee, Männer denken mit dem Penis. Was macht Max? Er wartet auf Zeit. Ach, wow! Tchuu! He needs some milk! Weiß, er hätte auf Lul gehen können. Nein, er macht Parma weg. Wo ist n' Lul? Ach, da. Ja, müssen wir halt wirklich. Ah, schaffe ich nicht mehr, oder? Keine Ahnung. Soll ich versuchen, Tony hat irgendwie... Ja, wär ganz gut, weil der irgendwie bei dir so im Raum ist und so. Ja, nur damit. Was? Was weiß ich! Bananabombe am besten, das haut rein. Muss ich dich jetzt erst aufberaten? Nee, aufhleit doch. Ja. Doch, 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 könntest du machen. Du stellst da hin und dann bleibst du direkt stehen. Achso. Nein, nicht weggehen, weil dann kann ja gar nicht... Ja, ja. Oh mein Gott! Ich sag ganz... Das ist jetzt echt nicht wahr. Oh, oh. Und es ist jetzt schon 23. Ja, das war's. Das Spiel ist abgeschrieben. Könnt ihr mich jetzt noch mit dem Baum in den Luft teleportieren? Ihr habt doch sowieso schon gewonnen, da musst ich nicht mehr weg teleportieren. Allein weil du den da oben hast und du bläse wunderbar vor dem Geschütz steht. Ja, ich hab mir schon verstanden, was du von mir wolltest in dem Moment. Einfach auf das Geschütz stellen! Dann sag doch nicht vor das Geschütz, du Opfer! Bisschen selbst nachdenken muss auch mal sein. Du gibst diese ganze Runde so geschützene Tipps, ne? Warum willst du eigentlich auch... Warum muss ich überhaupt Tipps geben? Weil du bei mir im Team bist! Mensch! Es fing an mit der Bazooka. Ich wollte auf die Linken rüber schießen. Nein, Lukas meinte unter mir. Natürlich war es klar, dass ich unter mir verkackt. Ich wollte auf Nummer rot sicher gehen. War ja nicht möglich. Und weg. So, äh, hier. Kleiner Tipp, oben wie die Kitsch. Ja, 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 ich weiß. Jetzt kannst du ihn wieder runterboxen eigentlich. Das wird schon reichen. Gleich geht es nämlich eins hoch und dann warst du es. Äh, weiß nicht, macht Bazzy an sich sogar mehr Schaden? Nein, macht Powerposs. Was tue ich? Okay. Okay, okay, das geht auf mein Konto. Easy. Ja, aber komm, ganz ehrlich, das können wir gar nicht mehr gewinnen. Passt schon. Alter! Ja, okay, ist zu spät. Wir machen jetzt die letzte Folge und so. Was ist das? Ja, 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 ja. Wir können eigentlich auch noch eine machen. Aber wirklich nur normal. Aber nicht mit dir im Team. Alter. Warum wechselst du Adolf? Äh, nein. Fährt voll unlogisch. Halt's dir nochmal eine letzte Konkurrenze-Aktion. Nice. Äh, starke Sache auf jeden Fall. Ja, Adolf, ich hab meine Augen vom Bildschirm getan. Echt? Was? Heilige Scheiße, ich mein... Du malst, halt sich aus, ey. So, Alex. Jetzt. Tu irgendwas, was du selbst für richtig hältst, auch wenn's wahrscheinlich total scheiße ist. Oh Gott. Was macht mehr Schaden? Für die Banane. Banane! Aber du jagst dich dort oben selbst. Oh man, oh man. Eins, eins. Spring direkt weg, direkt weg! Du! Bist auch tot, ne? Wenn du nicht tot bist, ja. Doch. Oh, das könnte halt echt knapp werden. Hätte ich den vorher da runtergeschmissen? Okay, dann hätten wir echt noch vielleicht gewonnen. Alter, fuck. Ja, Baby. Ja, ja. Nee, das macht er nicht. Achso, nee. Du musst doch das Ziel holen. Ja, als ob er den nicht trifft. Mit der Schrofflisch auch schießen. Mit der Schrotze. Ja, Max hat ja mal Across the Map gespielt. Ja. Das Dingens, äh, das... Ich schrotze. Ja, ja, klar. Ja. Ja, ich weiß nicht, das ist immer so die... LOL. Das sind immer so die letzten, die letzten Folgen, die ich... Äh, die letzten Züge, die ich verkacke. Das ist irgendwie richtig behindert. Wie geil, mit denen er einfach gerade geparkt hat. Ja. Ja, hätte ich den Basie nicht verkackt, wäre das wahrscheinlich noch echt spannend gewesen. Scheiße. Ich dachte, dass wir, dass wir, äh, so schlecht zwischenzeitlich da standen, ist es überraschend knapp ausgegangen. Meisterfreundschaden. Ja, Meisterfreundschaden. Genau. Was meinst du, auf wen das zurückläuft? Ups, äh, wollte ich mich auflegen? Ach, nein, 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 nein. Oh, Leute, ey. Also, mittlerweile, ich glaube, in jedem Team, wo... Nee, warte mal. Oder jetzt schon die Theorie... Ja, genau. Der Satz war schon richtig gut. Oh, ich weiß aber. Ist okay. Gut nicht. Ja, die erste Runde hab ich gesessen, aber da bist du rausgeflogen. Also, ich. Doch, das zählt. Ich bin das voll unfair. Ich werde hier gemobbt. Ich werde hier gemobbt von dem Arschloß Rinnig und von Lukas. Ja, du solltest vielleicht wieder andere Namen, nee, wahrscheinlich die Community einfach schuld. Die Namen sind irgendwie so. Ich glaube auch. Nee, ich habe jetzt dieses Mal die Runde habe ich nicht mehr genannt und so weiter. Lukas, das ist der Grund, warum Alec, wie man 1 gegen 1 in irgendeinem Strategie spielt. Ja, stimmt. Ja, finde ich fair. Ja, kann man jetzt direkt hin. Ja, der Satz. Ja, zu viel getrunken. Können wir jetzt mal wieder ein normales Match machen? Alle gegen alle? Ja. Nee, wir machen jetzt noch einmal Teams und dann... Nein! Sinning, wir haben noch nie miteinander gespielt, ich weiß gar nicht, was du hast. Jetzt mach mal gescheit, Lukas. Jetzt lass mal. Wir hatten jetzt noch eine ganze Zeit hier. Komm, Lukas, mach nochmal. Ja, ja, kann man machen. Kann man machen, ist okay. Anmod oder tschüss sagen oder so, gibt's nicht. Ach so, genau. Tschüss, tschüss, tschüss. Das ist einfach Pech und Unglück und... Halt's Maul. Ja, halt's Maul. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Dwyer ula